Haben wir noch irgendwo alte Rüstungen? Bestimmt. Ich glaube nicht. Nee, ich hatte zwei gemerged, damit der Lukas das erste Mal, als er gestorben ist und alles verloren hat, von seinen bisherigen zwei Malen, wieder eine Rüstung hatte. Danke, dass er sich auf den Vorhoch anhört. Haha, nein, überhaupt nicht. Ah, es regnet Schwefel. Hast du alles? Ich glaube... Ja, es leckt. Oh mein Gott, kannst du aufhören damit? Das höre ich auch oft. Lukas, sollen wir mal ein Fortress suchen? Ein was suchen? Ja, da bin ich wieder. Sehr schön. Ein Dingens Fortress. So, ja, können wir machen. Hast du den Code, den haben wir auch geschrieben von unserer Festung? Nee, da würde ich jetzt noch aktiv werden. Haben wir irgendwo einen Amboss? Wow. Einen Amboss haben wir einmal in der Schmiede stehen und einmal im Nether direkt am Portal. Wo bist du? Warte, ich komme jetzt sofort zurück zum Haus. Bleib mal kurz da. Ich komme. Ja, weil du hast den ganzen Bedürfung vorrat. Bitte nicht sterben. Äh, wow, bin ich erschrocken. Ich komme schon mal kurz vor dem Thema. Alles gut? Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich glaube, ich habe gerade echt einen feuchten Force abgelassen. Kann das sein. Wie denn baue ich auf, ey? Wirklich, ich war überhaupt reißen, saue ich eine Scheiße, ey. Ich war ein bisschen böse. Hallo, Pigmen. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich bin wieder geärgert. Ja, Gott. Ich bin wieder geärgert. hier Hi! Ja dann komm doch rein! Hey warte! Ich baue erstmal eine provisorische Organtreppe Na dann So Was war das? Was war das? Ich glaube da ist gerade ein Zombie Pigment vom Himmel gefahren und direkt despawned in Qualen und Agonie Ich mag diesen Spawnpunkt der Hölle nicht wirklich So Weiß nicht, der ist nicht so schön Ach Andere Spawnpunkte in der Hölle sind schön Warum sind die Organe ein bisschen mehr rosa oder was? So Hast du noch ein bisschen Essen mit bei? Ja, ich kann dir 20 Brote anbieten Perfekt So Ich hab mal den Glowster und alles was ich von den Pigment aufgesammelt hab da rein Hier sind die Brote Geil Wackeln hab ich noch dabei Okay, also können wir jetzt erstmal rauf Hä? Loslaufen meine ich Da ist eine riesige Wand aus Lava Habt ihr die schon gesehen? Ja Die Wall of Death Ähm Wo sind wir jetzt? Minus 13 Au Ups 49 Minus 5 Ja weh Lava? Nein Ich bin auf Magma Blöcke gesprungen Ich bin auf Magma Blöcke gesprungen Dann... Tu dies nicht Äh... Jetzt vielleicht bist du Lava gesprungen Ähm... Wie war das? Lukas Fackeln links, ne? Ja Apriot Fackeln Ich hab noch welche dabei Ich auch Hier Ich würde vorschlagen, wir buddeln einfach immer weiter und immer wenn wir in so eine Öffnung kommen, gucken wir mal Okay, weiter Entschuldigung Waffen sind immer gut, mach mal Es ist nicht schön in der Hölle Ich fiですか Ich finds ja angenehm Nein... ich mein ... wenns leckt Es ist nirgendwo schön nein... 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 nein Ich hab euch gewarnt. Nicht der Mann. Dieser Moment, wenn du einfach nichts tun kannst und du merkst, ey, die Fressleiste geht runter, ich brenne zum Tode, weißt du, und ess mir erstmal noch ein scheiß Brot. Richtige Verzweiflungsteil, Alter. So. And now, let's take a selfie. Was? Oh nein. Oh nein. Oh, hi. Oh. Was ist denn hier los? Hier sind zwei Guests. Axel über uns. Ah, nice. Einer weniger? Einer ist don't. Man hört. Ah, da hinten ist noch einer. Ah, der ist despawned. Nice. So. Einer ist auch noch einer. Ja, ja. Tschönen Garten wieder. Nee, 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 nee. Was hast du? So, weiter. Wir müssen, we have to build. Guck mal, der Closedown da, wo der hängt. Da unten. Ja, der möchte ich haben. Ja, dann viel Spaß. Have fun. Good luck. Ach, da seid ihr ja. Hi. Wo bist du jetzt allein? Hier drüben. Dino Zombie Pigman. Auf dem SoCent. Ah, nice. Achso, Zombie Pigman. Ich möchte den Closedown haben. Ach, nice. Wo leuchtet die Lava, ne? Vorsicht, es könnte sein, dass gerade Lava auf dich regnet. Das war komplett nicht ich. Wow. Au. Ich brauche den Closedown. Ich komm da nicht drum drum drum. Au. 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 Ein Bernie geht vor. Alter, Höhlengeräusche. Entschuldigung. Das ist am Link, Alter. Es laggt. Ja, und wie. Quarz. Mein Haus wird weiter gebaut. Ja, wenn das Quarz sich auch abbauen lassen würde und nicht immer wieder auftaucht, da wo ich es abgebaut habe. Es wäre ja geil, dass wenn du es abbaust, du nimmst es auf und dann respawntest und dann kannst du es wieder abbauen. Du wärst schon was, Alter. Tja. Ich komm wieder an Gas. Boah, ich bin hier im übelsten Enddamen, ne? Was hier alles lange Damen ist, Alter, ist... Bah. Was hier alles? Oh, das ist schon nett. Ja, dass du auf und erregend bist. Oh, ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Das ist sch первigartig.